Willkommen zu Leinebergland in Schlagzeilen. Eifelt. Bereits am Freitag war der Festplatz an der Hackelmasch gut gefüllt, obwohl das 17. Heimat- und Schützenfest eigentlich erst am Sonnabend um 10.30 Uhr mit Schwarzpulverböllern eröffnet wurde. Neben den abendlichen Feiern im Festzelt, der Abholung der Schützenkönige und der Proklamation war vor allem der große Umzug, der Höhepunkt der Festivitäten. Bei bestem Wetter zogen die vom Schießsportverein Eifelt von 1925 eingeladenen Gruppen durch die Innenstadt. Vom ersten bis zum letzten Wagen umfasste der Zug eine Zeitspanne von 50 Minuten und die Teilnehmer ließen sich nicht lumpen, was den Bonbonwurf anging. Duingen. Wir haben die Sommerferien genutzt, um Schönheitsarbeiten zu machen und das Freibad in Schuss zu halten, berichtet Hartmut Steins, Vorsitzender des Duinger Sportclubs DSC. Passend dazu gab es auch zwei Bonbons, über die sich zukünftig die Gäste, Sportler und Wellnessfreudige im Duinger Heilenbad freuen können. Der Förderverein des Bades hat den Kauf eines neuen Aquabikes ermöglicht. Damit ist die Flotte mit 13 Rädern komplett. Noch dazu können sich neben den normalen Schwimmern auch die Sportler freuen. Die vier Startblöcke sind durch die ehrenamtliche Arbeit von Carsten Brüder erneuert worden. Beliebt sind neben dem Frühschwimmen auch die verschiedenen Fitnesskurse sowie das Baby- und Kinderschwimmen. Zum Entspannen können Gäste die Pottlandsauna nutzen. Das Team des Duinger Heilenbades umfasst 40 Mitarbeiter. Wir freuen uns darüber, dass die Zahlen der Kursus-Teilnehmer in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben, so Hartmut Steins. Informationen zu Öffnungszeiten des Duinger Heilenbades, aktuellem und dem Angebot finden Interessierte und Badefreudige im Internet unter www.heilenbad-duingen.de. Elze. Besondere Geburtstage müssen gefeiert werden. Das hat der Elzer Gewerbeverein am Wochenende definitiv getan. Zu seinem 50-jährigen Bestehen hatte er ein Programm auf die Beine gestellt, das nicht nur Elzer in die Stadt lockte. Ehemals als VHHG bekannt, hat der Verein Wir in Elze Handel, Handwerk und Gewerbe keine Mühen gescheut, um sowohl Ältere als auch Jüngere mit seinem Angebot zu begeistern. So wurde zur Einstimmung mit einem Frühschoppen begonnen, begleitet von einer Live-Band auf dem Rolandplatz. Me and the Jokers begleitete das Treiben an und auf der Bahnhofstraße bis in den Nachmittag hinein und überbrückte damit auch die Zeit, bis das eigentliche Highlight des Geburtstagswochenendes losging. Denn die vielen Kinder waren nicht umsonst gekommen und die Tatsache, dass viele von ihnen bereits mit Fahrradhelmen über das Gelände liefen, hatte einen aufregenden Grund. Gespannt warteten sie darauf, in Seifenkisten die Bahnhofstraße hinunterzusausen und trotz Pylonslalom die schnellste aller Zeiten zu erzielen. Kreis Hildesheim. Rund 150 der 200 neu gewählten Kirchenvorsteher aus 26 Gemeinden des Kirchenkreises Hildesheim-Saarstedt kamen zum Empfang in die Paul-Gerhard-Kirche. Im März wurden in 1262 Kirchengemeinden der Landeskirche Hannovers die Kirchen- und Kapellenvorstände neu gewählt. Zum ersten Mal durften auch die 14- und 15-jährigen Kirchenmitglieder wählen. Inzwischen sind in allen Gemeinden die Leitungsgeschäfte übergeben und die neuen Vorstände am Ruder. Gottesgeist ist in eure Herzen geschrieben, machte Superintendent Mirko Peisert den Vorständen Mut. Sie seien nicht allein. Liebe ist in den Gemeinden eine große Kraft. Er dankte für die Bereitschaft der Frauen und Männer, sechs Jahre lang eine zentrale Aufgabe für unsere Kirche zu übernehmen. Und zum Schluss der Sport im Neunebergland. Gronau. Aus allen Himmelsrichtungen strömten knapp 60 Mädchen, Frauen, Jungen und Männer am vergangenen Wochenende in den Sportpark nach Gronau und nahmen am zweiten Läuferabend des vom TSV ausgerichteten Events teil. Der Wettergott zeigte sich für die Sprinter von seiner besten Seite, doch die Frauen und Männer auf den Mittel- und Langstrecken hätten es sich bestimmt ein wenig angenehmer gewünscht, zeigte das Thermometer auch noch nach 19 Uhr über 30 Grad Celsius an, die speziell den Läufern über 5000 Metern alles abverlangten. Die Gronauer Leichtathleten konnten durchweg mit ihren Leistungen zufrieden sein und erzielten gute bis respektable Ergebnisse. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.